Was geht ab Leute, euer Frapsys Junz war heute mit einem neuen Video und zwar Freunde geht es hier in diesem Video um Red Dead Redemption 2 und zwar gibt es dort ein paar neue Informationen und zu diesen werde ich jetzt ganz schnell kommen, ohne irgendwelche Faxen zu machen. So, Freunde, es sieht wie folgt aus, Rockstar Games hat gestern um 16 Uhr circa auf ihrer Facebook Twitter Seite etwas gepostet und zwar dieses Bild. Dort steht, dass wir am 28. September um 17 Uhr etwas angekündigt bekommen, dass wir gespannt sein sollen. Was heißt das jetzt für uns? Für uns, Freunde, heißt es, dass wir ab 17 Uhr auf Rockstar Games Kanal sind und abchecken, was die dort hochladen werden. Ich denke mal, sie werden wahrscheinlich einen Trailer hochladen, vielleicht auch sogar einen Gameplay Trailer, damit wir auch sehen, wie das Spiel dann mal aussehen wird, also ein paar Gameplays oder so oder da wird da was richtig Krasses kommen, vielleicht werden sie da ein bisschen mehr vorstellen, vielleicht aber auch ein bisschen weniger, vielleicht wird einfach nur ein neuer Trailer kommen, wo genauso langweilig ist wie der erste. Aber wie gesagt, Freunde, ich denke nicht. Also ich denke, dass auf jeden Fall dort so ein Gameplay Trailer kommen wird und wir können uns auf jeden Fall schon mal gefasst machen. Da wir das Spiel ja jetzt bekommen werden und es theoretisch gesehen von denselben Herstellern ist wie von GTA 5, würde ich jetzt mal gerne von euch wissen, Freunde, gefällt euch das Spiel und würdet ihr euch das kaufen? Schreibt mir mal eure Meinung erstens unten in die Kommentare, zweitens stimmt mal rechts oben ab. Freunde, ich wollte nur so ein ganz kurzes Informationsvideo darüber raushauen, ich hoffe es hat euch gefallen, gerne dürft ihr mir auch ein Abo und ein Like da lassen, würde mich mega freuen und dann würde ich mich jetzt mal von euch verabschieden und wir sehen uns heute Abend im nächsten Video. Haut rein Leute und tschau! Outro